Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Red Dead Redemption 2 weiter und wir befinden uns mit Sadie auf einer weiteren Kopfgeldjagdmission. Ähm, könnte nur unter Umständen sein, dass unser Kopfgeld bereits gefrühstückt wurde. Aber mehr finden wir jetzt in dem Folgenden heraus. So. Irgendwie dieser Spur hier folgen und dann mal schauen, ob das zu irgendwas führt. Also, wenn es tatsächlich ein Bär war, dann hat er sein Opfer aber ganz schön weit transportiert, oder? Machen Bären das? Wo ist ein Kabin hier? Oh. Eine Hütte. Ja, das war sehr leise, Sadie. Halt auf! Ich glaube, ich sehe etwas. Ist das ein Körper? Mal sehen, ob es ihn ist. Oh Gott. Crap. Oh, das ist nicht schön. Oh, Mann. Ist das unser Körper? Vielleicht. Aber es sieht eher wie ein Kabinier-Kabinier zu mir. Oder was es leften von einem? Ist es weg? Du, Marshal Thurwell? Das ist, Frau. Ich bin hier, um dich auf die Städte von Le Moyne zu arrestieren. Du willst ihn für Verlust, Verlust und die Verlust. Er ist das Monster. Er ist noch da draußen. Nein, aber ich glaube, er ist weg. Komm raus! Komm schon. Keine Ahnung. Komm schon. Ich komme. Schau raus! Oh Mann, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Oh Gott! Äh... Nein! Äh... Nicht dein verdammter Ernst! Mach was! Mach was! Was ist das? Der ist eben bloß nicht tot. Oh, verdammter Monster. Schau raus! Schau raus! Before I come in there, I'll kill you myself! I-I-I'm coming! Prathetic! Waitin' to see if that animal ate us? Nein! Ma'am! If that weren't it... Yes, it were! Come here! Come here! Thurwell, call yourself a man! Well, it's like Abigail says! That's one word for you! Wow! Fast vom Bären gefrühstückt! I can't believe we didn't kill that bastard! Gave him something to remember us by at least! Oh man, hätte ihn auch rumbringen können! Yeah! Just... We always find a way to almost get killed, don't we? Mm-hmm! That's kinda the problem! Maybe it wasn't right of me to bring you along on those... ...really heavy things. Family man and all. Seeing all this... I don't know if I can do it again. I'm my own man, ain't I? I... I get to make those calls. I needed the money. You are your own man, sure. But... I'm my own woman. And I get to say who I ride with. And... I don't know if your ranch... ...and your kid... ...and your wife... ...are things I wanna be worrying about when I hear a gunshot. Yeah... Fair enough. Those are fine new clothes, by the way. Yeah? I spend my cash on... Who's this up here? Is that... Are you Sadie Adler, ma'am? Bounty owner? Get off the road! Look, I got great respect for you professionally... ...but if that's Marshall Thorwell there... ...uh, me or my partner would like to split the reward. You're doing what? Get off the road! We was thinking you might need protection. I look like I need protection. Uh... Me and my partner... ...we're dead selling, splitting that reward. And if not... ...what we said was gonna have to take all of it. Ha! You and your partner... ...are just children. Don't get yourselves hurt now, son. I told you she wouldn't listen. Get her! Begleite Sadie nach Blackwater. Ha! You don't mess around, do you? Let's go! Get off the road with Green. If we didn't get him... ...someone else would've. Einfach wegreiten? Das war ne offene Kriegsabklärung. This is cold business, ain't it? Yep. It requires a certain level of Detachment. Have you ever thought, if it's right? No. I just see orders on the wall. And I try and fill them. And if there's other bastards after the same orders as I am... ...I get competitive. It's called industry. And if you haven't noticed... ...everyone is out there doing it. I guess they are. Finde ich lustig, dass einem aber sowas... ...so was moralmäßig ist dann jetzt irgendwie nochmal... ...oder beziehungsweise eine Erklärung jetzt... ...zu dem Zeitpunkt des Spiels irgendwie aufs Auge gedrückt wird. Ich meine, okay, es passt jetzt zum Charakter von Sadie, ne? Aber trotzdem, irgendwie... Ja. 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 Ich find's ganz erstaunlich, dass er seine Brille nicht verloren hat ... Ich lasse dir wissen, ob ich etwas über Micah höre. Du brauchst eine Hand, den Mann? Hins? Nein, ich bin gut. Du bist sicher? Ja, ich werde deine Hand an die Bank senden, wenn ich bezahlt werde. Danke. Kredit zurückgezahlt. Jaha. Na gut. War jetzt nicht der lukrativste Job. Aber es war definitiv ein Job. Jack Marston. Jack? Wie Jack? Jack hat einen Auftrag für mich? Hoffentlich einen lukrativen Auftrag. Also, das muss ich jetzt schon lohnen, so eine Mann. Ansonsten denke ich mir auch so, nö. Äh, wollte ich nicht. Komme ich hier jetzt unbeschadet wieder vorbei? Oder bringt mich mein Pferd wieder um? Offensichtlich nicht. Gut. Erst einmal das Wichtigste. Mein Hut. Wie oft ich in letzter Zeit meinen Hut verloren habe, ist unglaublich. Zweitwichtigstes. Ähm, wie wäre es mal, wenn ich mich ein bisschen um mich kümmere? Und mich nebenbei auch mal um mein Pferd kümmere? Ja, genau. So. So, ja. Bereit zu neun Schandtaten und neun Abenteuern. Düp, 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 düp. Also, so oft wie Maika jetzt zum Schluss noch erwähnt wird. Es wird wohl auf einen großen Showdown hinauslaufen. Und ich hoffe sehr, dass es kein dämliches, äh, Duell wird, was wir verdammt selten in diesem Spiel hatten, ne? Äh, also, dämlich in dem Sinne, weil es Gameplay-Technisch ist. Ich habe sowieso schon wieder vergessen, wie das Ganze funktioniert. Und ich hätte es ungern, dass ich wieder 30.000 Mal beim Minecraft sterbe oder beim Duell sterbe. Bis es dann halt mal zufälligerweise klappt. Sollte schon irgendwie dann richtig funktionieren, wenn dann. Wäre mir irgendwie lieber. Du kannst die Eierkisten jetzt zum Wagen bringen. Ja, oder ich kann, ähm, mit meinem Sohn spielen oder so. Hi. Hallo Wuffi. Oh, Rufus. Oh, du bist ja ein Schöner. Wie geht's, Junge? Äh, gut, Sir. Was machst du? Wurzeln und, äh, mit dem Hund spielen. Willst du fischen oder was? Not, particularly. I don't really like fishing. Do like eating though, right? Because we've got to find some food. Mhm. Äh. Come on. Let's head this way to the stream. Verdammte Erwachsene. Okay, Sir. Why you gotta be like that? I'm sorry. It's okay. Do you wish I was more like you? Like me? No. But... Let's keep going. Can Rufus come fishing? Dogs scare the fish. But... If you'd like him to, I guess. So... You don't care if we don't catch fish? Yeah, I... I'm not very good at this. At... Fishing or walking? At talking. With you. But fishing will be fun. Sure. Unless you want nothing but beans again. No. I'd like to fish. And... It'll be pretty fun. I promise. Okay. It's fine being out with you, even though I... Can't say the right thing. And you, Pop. We should... We should... Let's do more of this. Sure. I... I mean... Yes. I'd like that. Pretty countryside, ain't it? I guess. Grass and the light. There's a lot of ugly in this world, but sure as hell is a lot of beauty. Yes. You'll see it better when you get older. It's tough at your age. Just... Land and light. But to me, it's... It's... It's life. I... I can't explain it. Okay. What are you gonna be when you're older? I want to travel. See the world. That's a good idea. Then, become a lawyer and help people. That's not a lawyer, that's it. Are you laughing at me? No. Never. Just... Whatever you do, do it better than me and your mom. We had it. However, we had it. We didn't make the most of it until now. Okay. Okay. Dafür, dass er nicht so richtig wusste, worüber er mit seinem Sohn reden sollte, hat er doch erstaunlich viel geredet. Also, finde ich beeindruckend. I guess I didn't expect it to be so far. Ja, war auch ein bisschen negativ überrascht davon, dass es so lange gedauert hat. Aber okay. So, das sieht wie eine halbwegs gute Angelstelle aus. Das ist ein richtig guter Fischungspot. Folk immer sagen, dass sie das. Ich habe nichts verstanden. Nichts, dass du einfach nur die Leiden Autorität auf alles verstanden hast. Na, nicht so? Na, vielleicht. In diesem Fall, das ist wahr. Ich habe ewig in diesem Spiel nicht mehr geangelt, übrigens. Das stimmt. Ich erinnere mich an Uncle Arthur. Arthur sagte, du hattest einen Fisch, was er? Ja, ich denke, er hat er. Das ist schön. Ich habe einen Biss! Ich habe einen Biss! Alles klar, jetzt bleiben Sie ruhig und starten ihn rein. Nicht zu schnell. Ich möchte den Huch in festhalten. Er ist... er ist stark. Gut. Jetzt riech ihn rein. Bleib ruhig. Gib ihm einen Tug. Jetzt riech ihn! Ich habe ihn! Was denkst du? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Ich weiß nicht. Ich fühle mich 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 nicht. Lass mich dir helfen. Let me help you look. Das beantwortet es. Hallo? Wo bist du, du Hund? Du hundiger Hund. Du Sohn eines Hundes. Suche nach Jack. Ja, wie jetzt? Nach wem denn? Hä? Oh Mann. Lass dem Hund bitte nichts passiert sein. Was? Was passiert? Was? Rufus! Rufus! Nein! Es ist ein Schnee. Ich sehe. Er hat ihn gebeten. Nein! Und Jack? Du auch calmest. Komm her. Was werden wir tun? Was werden wir tun, Pa? Sind du zuhause? Oh Mann. Mehr als saugen und spucken kann ich nicht. Mann, ey. Jede Mission hier wird zum Drama. Mann. Was ist passiert? Der Hund wurde mit einem Schnee. Wir schauen uns nach ihm. Und der Junge. Wir holen ihn. Er wird gut sein? Jack, der Hund wird gut. Wir müssen niemals nachdenken. Manchmal... 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 Manchmal weiß man nicht, wie es sich aussieht. Aber... Der Hund... Der Hund wird gut. Der Hund wird gut sein. Es ist okay, Junge. Oh Mann. Oh, der Hund tut mir so leid. Oh Mann. Ist ab sofort ein Stubenhund. Darf nie wieder raus. Ein weiterer Versuch. Und einen weiteren Versuch. In den Sand gesetzt. Ganz offiziell. Fürchte ich. Glaube ich. Denke ich. Da ist ein Mädchen. Geht's besser oder nicht? Ich hoffe, wir haben tatsächlich es geschafft, das... Gift rauszusaugen. Habt ihr okay? Die Hände werden manchmal getötet. Ich werde schwerer werden, Sir. Das Leben kann echt schrecklich sein, Junge. Das Schlimmste werden passieren, du weißt. Okay, well, I'll leave you to it, then. If you don't mind, Sir. Well, you should be working. Oh, I love my work. Das Lieblingsthema immer wieder. You should be grateful. I'll tell you what, woman. Was a damn sight more peaceful round here before you came back? You're just lucky I'm a soft touch. I should sling you out by your ear. Ah, you always was a cold hearted lizard of a woman. And you always was someone willing to live off the efforts of others. It's walk or work, old man. I've got lumbago. You'll have more than that in a minute. John, tell her about my health. Do what the lady says. I'll work my fingers to the bone building this place, Abigail Roberts. Marston! Abigail Marston, Miss Marston to you. Miss Marston to you. Why don't you let him stay? He's actually been pretty useful in a useless sort of way. Who's that? No idea. Friend or foe. We'll soon find out. It's the Getty's boys. From Proghorn Ranch? Yeah. Mr. Milton! Mr. Milton! Duncan! Sir, Ma found some old furniture in the attic. I thought maybe you folks would want it as a housewarming present, you know? Uh, they send their regards. How kind they are! Tell your mom, Paul, we're very touched. Where would you like the furniture? Uh, just over here. Then we can arrange. This is real kind of y'all. You saved the ranch. Paul said this is the least he could do. Well, it's my friend. I'll send your mom my best regards. Tell him, he's got friends for life and me and my family. Bye, sir. Ma'am. I can't believe this. It's so kind. Sure. But there's still some more things that we need to get. How about we take a ride into town? It's been ages since we spent any time together. It has. Let's go get the wagon. Okay, let's go. I feel like we ain't done nothing together like this since... Since, uh... Since forever? Maybe not forever, but... A long time. We ain't had the time, you know? We've both been working. Hard. And now we got something to show for it. The ranch. This life. It's so nice, John. I hope it'll only get nicer. May I help you, my lady? Oh, John. Okay, ich hab' mich schon gefragt, ob er einfach rüberrutscht oder ob sie einmal auf die andere Seite rüberlaufen darf. Na gut. Auch nett. Shopping mit der Frau, Shopping mit der Frau. Wir haben zwar kein Geld, aber was soll's. Is there anything you want to do? You said there were some things we still needed. We can buy them from that catalog. Let's go have some fun. I know your idea of fun, John Marston. Oh, I ain't had a drink and, well, I left those things behind me. No, I mean, good, wholesome fun. Like, uh, decent folk have. We decent now? I guess. Well, decent or not, I still got some errands to run. That's fun. What would you like to do? Maybe get our portrait took, for starters? Portrait? There's a fella in town, takes photographs. You want to stare at a portrait of yourself all day long? I hate to break it to you, but you ain't that much to look at. No. I want a picture of us. Me and you. Okay. Okay, then. Sure. Is there anything else you want? I don't know. Let's just walk around and see where it takes us. I do have to be back by dinner time. Uncle Jack and Charles will manage fine without you. Help. Looking after themselves may even be good for them. They'll starve. And that may be good for them, too. With any luck, Jack and Charles will eat uncle. Don't get my hopes up. So maybe you're right. We'll stay. You know I am. Okay, then. Portrait it is. Let me help you down. Why are you being so courteous? I don't know. There you go. I'm going to go to the Drapers for a minute. It won't take long, but I need to get some materials. You want to come with me or wait here? And after that we can go get our photo taken? Yeah, after that we can get our photo taken. Bloß keine anderen Frauen angucken. Ach so. Oh. Oh. Der wichtige Tag. Es ist der wichtige Tag. Du bist ein bisschen lustig. Ich bin ein bisschen lustig. Ein anderes Kind lustig. Bin ich dich schreckt? Nein. Ich liebe diese Version von dir. Es ist einfach... Es ist einfach nicht du. Vielleicht habe ich mich geändert. Endlich? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Komm mit dir. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir noch in den Bart gestutzt übrigens. Egal. Hä? Ah. Hallo, Madame. Sir. Hallo, Sir. Wie kann ich dir helfen? Wir... Wir wollen unsere Fotos nehmen. Oh, Fotos? Ja, ja, das kann ich dir helfen. Ja. Also... Was machen wir? Wir machen... Wir haben Mount Vesuvius und seine Ruins. Wir haben die Open Prairie. Okay. Blups, blups, blups. Nicht der Vesuv. Ja, das sieht irgendwie komisch aus. Das ist toll. Es ist wie, zu Hause zu sein. War das alle von ihnen? Das ist, äh... Das ist eine Bar. Wahrscheinlich ist es schon eine Fotografie von dir in einer Bar. Schau, das war deine Idee, John. Es ist für dich. Du hast alle gesehen. Alles, was du magst? Muss ich jetzt auch nicht unbedingt ein Foto mit dir haben. Und Prärie ist halt passend, ne? Ist schon in Ordnung. Ah, dieser. Wunderbar! Das wird einfach perfekt sein. Du weißt, ich wünsche, dass ich den Kongo-River hatte. Aber sie brauchen Gras-Skirts. Ich konnte sie nicht afforden. Das ist einfach so exotisch. Bleib da. Ich mache eine Pose, die du mit dir komfortablen fühlst. Das ist dignisiert. Tja, es ist ein Spaß. Ich denke, ich würde lieber in der Outhouse clean sein. Sei kalt. Ich dachte, du warst ein Kau-Bücher. Und ein Poser. Oh nein, ich bin ein Poser. Das ist schon ein bisschen dick aufgetragen, oder? Das ist wahr. Oder so, sie sitzt und ich stehe daneben. Ich sitze und sie steht? Nein, 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 nein. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Nein. Wir beide sitzen? Ne, aber das ist auch irgendwie ein bisschen... Nein. Nein. Einfach so... Ne. Oh, ich weiß es nicht. Vorschau-Foto. Das sieht so komisch distanziert aus. Aber das hier sieht eher so aus, als ob sie irgendwie liebend gerne woanders wäre. Nur nicht jetzt hier. Also vielleicht doch, dass sie steht? Ich glaube, du hast all die Permutationen geschlossen. Ich meine, es ist halt eines dieser typischen uralten Fotos, oder? Da war noch nicht viel mit Selfie und... Ja, ne, so, wenn wir sitzen, das ist... Nein, 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 nein. Ich finde, wenn, dann... Dann soll sie sitzen und wir... Wir stehen daneben. Ich finde alles doof, offengesagt. Aber gut, wir machen mal das. Wie ist das? Perfekt! Jetzt, gib mir einen Moment. Ich werde das für Sie entwickeln. Warte hier. Geh dein Zeitpunkt. Was? Nichts. Nichts überhaupt. Tief, Mann. Gunslinger. Entschuldigung? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur... ...posed. Shut up. You know, du bist nicht sehr lieb zu mir. Oh, ich bin nischer als du deserve. True. Hier! Es kam aus... ...beauty. Sure? Ja! Ja, look at das face auf dich. Be quiet. Was do ich dir? $5. Hier geht's. Dankeschön. Ich werde dich wiedersehen. Oh, ja. Er wird wahrscheinlich kommen in für eine Post. Er scheint sich zu lieben. Bye, Nell. Was werden wir jetzt machen? Es ist eine Sache, die ich nicht getan habe. Ich habe nie gesehen, dass ich einen der Film-Picture-Shows gesehen habe. Nun? Nein. Komm, das machen wir. Sicher? Natürlich. Es ist die Marvelle der Zeit. Ich liebe Marvelle. Okay, gut. Los geht's. Danke. Es ist wirklich gut, normalen Dinge zu tun. Was man ganz klein bisschen über uns lustig macht, aber egal. Und zum Schluss werden wir hoffentlich um ihre Hand anhalten. Und das wird hoffentlich sehr schön und nett werden. Gut. Aber wir machen jetzt an der Stelle wieder eine Pause. Beim nächsten Mal geht's mit unserer kleinen, ganz normalen Alltagsrunde weiter. Ich sag jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald. mit.